Hallo, ich bin Artspira, Ihre perfekte Mischung aus Kunst und Inspiration. Ich bin die mobile Design-App von Brother, mit der Sie auch unterwegs entwerfen, bearbeiten und viele andere Funktionen nutzen können. Verwenden Sie mich auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um einzigartige Stickmotive oder Schneidmuster zu erstellen. Kreative aller Niveaus lieben mich, denn ich wandle Ihre großartigen Ideen schnell in maßgeschneiderte Projekte um. Ich habe einige aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Bis jetzt konnten einfache Stickmuster gezeichnet oder die Muster aus meiner Stickmuster-Bibliothek verwendet und bearbeitet werden. Oder ich habe Ihre Lieblingsbilder mit der Bildverfolgung nachgezeichnet und in Schneidmuster umgewandelt. Alternativ konnten auch für ScanCut-Maschinen fertige Schneidmuster verwendet und bearbeitet werden. Jetzt kommt Artspira Plus. Was ist Artspira Plus? Lassen Sie mich erklären. Es ist eine ganz neue Welt des Stickens und Schneidens. Sie können Ihre eigenen Stickmuster importieren und direkt in der App bearbeiten. Da mehr Stickrahmengrößen zur Verfügung stehen, können Sie sich bei Ihren Entwürfen nun richtig austoben und sind nicht mehr auf die kleinen Stickrahmengrößen beschränkt. Außerdem haben Sie mit Artspira Plus Zugriff auf über 7000 Stickmuster. Und es kommen sogar regelmäßig neue dazu. Sie können sie entweder so aussticken, wie sie sind, oder bearbeiten, indem Sie Formen, andere Muster oder Text hinzufügen. Sie können nun auch Linien verbinden oder verschließen und die geschlossene Form automatisch füllen. Mit der Auto-Punch-Funktion werden einfache Strichzeichnungen automatisch in Stickmuster umgewandelt. Erstellen Sie ganz persönliche Projekte, indem Sie sogar Porträtfotos in Stickdaten umwandeln. Mit der neuen Kreuzstich-Funktion können Sie Ihre Stickmuster wie von Hand gestickte Kreuzstiche aussehen lassen. Sehen Sie zu, wie Ihre Muster vor Ihren Augen zum Leben erweckt werden. Mit der Augmented-Reality-Funktion für die Musterplatzierung nutzen Sie die Kamera Ihres Mobilgeräts, um die perfekte Platzierung zu wählen und Ihren Look perfekt zu machen. Das ist ein echter Game-Changer. Es geht aber nicht nur ums Sticken. Für ScanCutDX-Maschinen gibt es jetzt eine erweiterte Bibliothek mit über 3000 Mustern, die Sie unverändert verwenden oder bearbeiten und personalisieren können. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, SVG- und FCM-Daten zu importieren, sodass eigene Designs bearbeitet oder ergänzt werden können. Um noch mehr Raum für Kreativität zu schaffen, werden bei Artspira Plus die Speicherplätze in der Cloud von 20 auf 100 erweitert. Bei Artspira Plus haben Sie Zugang zu vier kostenlosen In-App-Magazinen pro Monat, die voller inspirierender kostenloser Projekte sind. All diese Möglichkeiten zum mobilen Gestalten, Bearbeiten und Erstellen gibt es für nur 12,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Die kostenlose Version von Artspira ist nach wie vor völlig kostenlos und bietet Basisfunktionen zum Bearbeiten und Gestalten, 20 Cloud-Speicherplätze und eine Ausgabe des In-App-Magazins Artspira pro Monat. Aber halt, das war es noch nicht. Im Moment biete ich vielleicht nur eine drahtlose Verbindung zu Stickmaschinen und ScanCutDX-Schneideplottern, aber warten Sie bis Sie hören, womit ich mich in naher Zukunft noch alles verbinden kann. Also, worauf warten Sie noch? Installieren Sie Artspira und abonnieren Sie Artspira Plus, um kreativ zu werden. Wo, wann und wie Sie wollen.